Autos fahren nicht ständig mit derselben Geschwindigkeit. Manchmal wird das Auto langsamer, manchmal schneller, manchmal fährt es um Kurven. Im Alltag bezeichnen wir mit Beschleunigung eine Steigerung des Tempos. Im physikalischen Sinn ist jede Änderung der Geschwindigkeit eine Beschleunigung. Sobald sich Länge oder Richtung des Geschwindigkeitspfeils ändern, hat eine Beschleunigung stattgefunden. Der Wert der Beschleunigung A in einem bestimmten Abschnitt ist die Änderung des Tempos bezogen auf die Zeit und kann folgendermaßen berechnet werden. Auch hier müssen wir einen Start und einen Endpunkt wählen und können erst dann die Beschleunigung im gewählten Bereich ermitteln. Wird das Tempo gesteigert, so ist die Beschleunigung größer als 0. Bremst man, so verringert sich das Tempo und die Beschleunigung ist kleiner als 0. Fährt man mit gleichbleibendem Tempo, so gibt es keine Änderung des Tempos und der Wert der Beschleunigung ist 0. Bei Sportautos hört man oft, das Auto beschleunigt in einer bestimmten Zeit von 0 auf 100 kmh. Dieses zum Beispiel in 3,5 Sekunden. In diesem kurzen Zeitraum ist die Beschleunigung des Autos annähernd konstant. Das Tempo steigt gleichmäßig an. Bleibt die Beschleunigung zwischen zwei Punkten gleich, so können wir das durchschnittliche Tempo des Objekts in diesem Bereich bestimmen. Um uns dies zu überlegen, zeichnen wir ein Diagramm, indem wir die Tempoänderung abhängig von der Zeit eintragen. Der Graph steigt gleichmäßig an, da die Beschleunigung konstant ist. Beschleunigt das Auto von 0 auf 100 kmh, so beträgt die Tempoänderung 100 kmh. Diese Bewegung dauert 3,5 Sekunden. Das durchschnittliche Tempo entspricht bei gleichmäßiger Beschleunigung genau der Hälfte der Tempoänderung. Vd ist gleich Δv halbe. Mit Hilfe der Beschleunigungsformel von vorhin können wir die Tempoänderung Δv ersetzen und erhalten a mal Δt halbe. Um die Geschwindigkeit zu berechnen, haben wir in der letzten Einheit die Formel V ist gleich Δs durch Δt kennengelernt. Wenn wir diese umformen, können wir den zurückgelegten Weg bestimmen. Δs ist gleich V mal Δt ist gleich a halbe mal Δt Quadrat. In der Kurzform lässt man oft das Delta-Zeichen für die Änderung weg und schreibt s ist gleich a halbe mal t Quadrat. Wir können also mit Hilfe dieser Formel bestimmen, welchen Weg ein Objekt zurücklegt, wenn es gleichmäßig beschleunigt. Wo gleichmäßige Beschleunigung eine große Bedeutung hat, werden wir in der nächsten Einheit sehen. Dimmel 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 Dimmel